Rohen Zwangsenteignungen aufgrund der EU-Rechtlinie zur Sanierungspflicht. Was in jedem Fall droht, ist eine Kostenexplosion. In diesem Video beantworte ich die wichtigsten Fragen zu diesem Thema. Worum geht es überhaupt? Damit die EU bis 2050 klimaneutral wird, sieht ein aktuelles Vorhaben vor, dass besonders ineffiziente Gebäude saniert werden müssen. Das EU-Parlament hat die Zwangssanierung beschlossen. Demnach sollen Wohngebäude bis 2030 mindestens der Energieeffizienzklasse E und bis 2033 die Energieeffizienzklasse D erreichen. Ähnlich wie bei Haushaltsgeräten soll die Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G angegeben werden. Gebäude mit einer schlechten Klasse müssen nach Plänen saniert werden. Hausbesitzern drohen dementsprechend hohe Kosten. Obwohl das EU-Parlament mit großer Mehrheit für die Zwangssanierung stimmte, ist die Kritik, was es gerade erntet, enorm. Wie viele Gebäude müssten in der EU saniert werden? Das kann heute noch gar nicht genau gesagt werden. In Deutschland ist es so, dass die Energieeffizienzklasse noch auf einer Skala bis H angegeben wird und dass die konkreten Pläne sich natürlich noch ändern können bzw. Aspekte daran ändern. In Deutschland werden nur 7 Millionen Eigenheime und nochmal 7,2 Millionen Wohnungen betroffen. Es soll aber auch Gebäude geben, für die diese Sanierung nicht zählt. Dazu sollen angeblich Ferienhäuser, denkmalgeschützte Häuser und kleine Gebäude unter 50 Quadratmeter Wohnfläche zählen. Woran erkennst du, ob dein Haus betroffen ist? Dazu musst du erstmal wissen, welche Energieeffizienzklasse dein Haus aktuell hat. Die Skala sieht so aus. Die Einordnung in die Energieeffizienzklasse erfolgt nach benötigter Energie pro Quadratmeter für die jährliche Beheizung. Die Energieeffizienzklasse eines Hauses ist im Energieausweis vermerkt. Bis 2030 müssen alle Häuser mindestens unter die Energieeffizienzklasse E, bis 2023 unter D fallen. Das heißt übersetzt, der Jahresenergieverbrauch muss bis 2030 unter 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter, bis 2033 unter 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter fallen. Wenn du also zu den Klassen D, C, B oder A gehörst, ist dein Haus bereits modern genug und nicht betroffen. Die Sanierung betrifft dich somit nicht. Wenn im Energieausweis die Klasse E steht, musst du bis 2033 auf D aufrüsten. Wenn ein Hausstundenklassen F, G oder H gehört, musst du bis 2030 auf Klasse E aufrüsten oder bis 2033 auf D. Mit welchen Kosten musst du in einem Einfamilienhaus rechnen? Dazu machen wir ein Beispiel. Das ist natürlich immer individuell. Wenn der Eigentümer eines Gebäudes eine Wärmepumpe für 40.000 Euro installiert, die Fassade für 300 Euro pro Quadratmeter von außen dämmt, hierfür auch noch ein Gerüst hat für 15 Euro pro Quadratmeter und die Fenster austauscht, als Beispiel 20 Fenster inklusive der Kellerfenster, entstehen Gesamtkosten von 93.950 Euro. Die Kosten bei einem Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen mit je 80 Quadratmetern weist schätzungsweise eine Gesamtwohnfläche, sagen wir von 640 Quadratmetern auf, und eine Grundfläche von 170 Quadratmetern, eine Fassadenfläche von 570 Quadratmetern und eine Dachfläche von 200. Wenn hier die Fassade, die obersten Geschosse und die Kellerdecke gedämmt werden und zudem die Fenster ausgetauscht werden, hier eine Annahme von 70 Fenstern, fallen Gesamtkosten in Höhe von knapp 230.000 Euro an. Heruntergebrochen auf eine 80 Quadratmeter große Wohnung entspricht das Kosten von knapp 28.600 Euro. Welche Auswirkungen haben die Pläne auf die Mieter? Egal welches Szenario genommen wird, es sieht nach den aktuellen Plänen nicht allzu gut aus. Entweder werden die Wohnungen nicht saniert und können gegebenenfalls dann nicht weiter vermietet werden, dann würde das Angebot an Wohnungen weiter runtergehen und entsprechend die Miete erhöht werden. Ganz einfach Angebot und Nachfrage. Und wenn saniert wird, werden die Vermieter sicherlich einen Teil der Kosten auf die Mieten der Mieter draufschlagen. Also, machen wir ein Fazit. Für was das EU-Parlament in der letzten Woche gestimmt hat, erntet massive Kritik. Nicht zuletzt, weil der Markt und die Finanzlage aktuell in Deutschland sowieso schon sehr angespannt sind. Es bleibt also abzuwarten, wie es hier weitergeht. Ich werde euch natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden darüber halten. Auch wenn es Neuigkeiten zu dem Thema gibt. Bis dahin schau, dass du deine Finanzen möglichst optimierst. Und wie das funktioniert, zeige ich dir in ganz vielen Videos auf diesem Kanal. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.